Hallo und Willkommen zum Xbox Live Spotlight für die Kalenderwoche 43 mit Neuheiten, Demos und Arcade-Spielen. Den Anfang macht diesmal kein Spiel, sondern das neue Dashboard, Design wie Windows 8, Fernseh- und Musik-Apps und als besondere Neuerung den Internet Explorer. Geil! Mit dem Artorias of the Abyss DLC bekommt Dark Souls auf der Konsole die zusätzlichen Inhalte der Prepare to Die Edition. Wer also noch nicht genug geflucht hat, kann zugreifen. Serious Sam 3 BFE nimmt euch mit auf eine Reise in die Vergangenheit, als Shooter noch Spaß gemacht haben. Kein pseudorealistischer Mist, sondern übertriebene Waffen und massen an Monstern. Yeah! Happy Wars ist der erste Versuch MOBAs auf die Konsole zu bringen. Das klassische Prinzip wird leicht abgewandelt, macht aber trotzdem Spaß. Kann man sich mal anschauen. In Zombie Driver HD rastet ihr mit diversen Karren durch die Gegend und met Massen an Untoten nieder. Keine geistige Herausforderung, aber immerhin ein Action-Feuerwerk. Im Deal of the Week gibt es diese Woche alles von Bioshock 2, DLCs, Zusatzmissionen und alles, was das Herz begehrt, zum halben Preis. Wenn ihr auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaut auch nächste Woche zum neuen Xbox Live Spotlight wieder rein. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß und ciao! Bis dahin, macht's gut, viel Spaß! 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 Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017